Hallo und herzlich willkommen hier bei NSC von Hauptentale. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 , 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 ,, , ,, 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 , , , , , ,, , ,, , ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , , ,, ,, ,,, ,, Das dauert noch ein bisschen bis das voll ist. Ja, alle 17 Stunden legen wir schon ein Tier wieder, ein Kuh, aller 21 ein Schaf, finde ich richtig gut. Das dauert noch ein Kuh. 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 Das dauert noch ein Kuh.